Smile, neue LP ist wieder am Start und heute mit Shugard und League of Legends. Ja, ich spiele heute alleine, tatsächlich, und hoffentlich werde ich heute gewinnen. So, das war's, was ich sagen wollte. Und ja, mein Tisch ist gerade ein bisschen unordentlich, darum versuche ich das mal ein bisschen aufzustellen, so dass ich auch einigermaßen gut spielen kann. So, dann wird das auch schon mal geklärt. Und ich hab so ein bisschen was geändert, so hier diese komische Animation hier, so merkt man vielleicht hier die Mana-Animation und so. Und. Oh, okay, da ist nur Dingens drin. Da ist nur die, okay, jetzt sind die zur Zeit. Sehr interessant, oben ist Dingens. Ah, schade, das war knapp. Schade, schade. So, den werden wir doch wohl kriegen hier. Sehr schön. Ah, da hätte er... Hau ab! Renn! Okay, wir haben wenigstens für's Blatt, das ist doch schon mal toll. Auch wenn unser Dingens jetzt auch tot ist, Nidale. Aber gut, da machen wir nix. Und ich hab kein Mana mehr, das ist natürlich extrem ätzend. Uh. Und dass du jetzt von hinten kommst, finde ich auch nicht sehr nett, ja. Na, also bitteschön hier. Okay, Nidale, halt mal die Stellung hier, bitteschön. Ich geh mir ganz kurz was kaufen. Wie, du weißt, das ist kein... Äh, ja. Keine Ahnung, was hier da geschrieben wird. Aber ist ja auch vollkommen irrelevant. Was stand da? Irgendwas mit wie? Also nix mit mir zu tun. Ich bin hier pro-like, darum braucht ihr mir keine Tipps zu geben. So einfach sieht's nämlich aus. Bam, in your face. Aua. Oh. Okay, okay. Oh, fuhr, 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 fuhr. Renn. Okay, sehr schön. Ich hab schon wieder kein Leben mehr. Bei mir geht das scheinbar relativ schnell. Ich spiel auch übrigens nicht... Also ich hab früher mal immer mit, ähm... Ohne Kamera Fixierung gespielt. Aber mittlerweile spiel ich meistens mit Fixierung. Und dann ist es halt ein bisschen schwer, sich wieder dran zu gewöhnen, ohne zu spielen. Aber ich versuch das jetzt, weil das angeblich viel, viel besser sein soll. Bisschen besser sein soll, allgemein. Und daher kann das bestimmt nicht schaden. Uh, da könnten Nidale was rausholen. Oder die zwei. Come on, come on, Wii. Kann ich dich vielleicht noch retten? Schade. Leider nicht mehr. Aber gut, dafür stirbst du wenigstens. Killstealer. Wollt ihr mir killstealen? Killstealer. Oh, oben sieht's grad gar nicht gut aus. Aber ich denk mal, dafür wird sich Nidale schon drum kümmern. Obwohl ich wollte, wie, ja, nach oben. Äh... Oder wir versuchen den jetzt auch mal zu töten. Hm. Das ist hier jetzt grad nicht so optimal gelaufen, würde ich mal behaupten. Zack. Nein! Ach, war das schlecht. Ach, war das schlecht. Ach, war das schlecht. Aber dafür krieg ich den jetzt. Hab ich's nicht gesagt. So. Sehr schön. Oh, da war Zylian auch noch. Da hab ich natürlich wieder aufgepasst ohne Ende, du. Ach, schade. Ach, und hier passe ich natürlich auch wieder auf. Darum mag ich diese Sicht manchmal nicht, weil ich einfach dann nicht so viel mitkriege. Obwohl es eigentlich darum gehen soll, viel mitzukriegen. Das ist manchmal total komisch, wisst ihr? Oh, okay, okay, wir wollen nicht angreifen scheinbar. Ach, da hab ich wohl was falsch verstanden. Dann hau ich lieber mal ab. Und zwar schnell. Und zwar schnell, ne, 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 ne. Ah, hab ich schon wieder fast kein Leben mehr. Ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen irgendwie. Ich weiß nicht. Zwei Altäre haben die jetzt. Das ist natürlich... Oh, ich glaube, ich sollte nach unten gehen. Das ist natürlich sehr, sehr suboptimal. Ah, und... Ach, puh. Nidale ist jetzt auch wieder gestorben. Das ist alles ein bisschen schlecht hier gerade. Aber naja. Und Caitlin hier als AD Carry finde ich auch nicht so berauschend. Muss ich mal dazu erwähnen. Die macht ganz schön viel Schaden schon. Mit dem rettet die? Egal. Laufgeschüsse, nicht mit mir. Hm, ist die da vielleicht im Gebüsch? Ich weiß es nicht. Aber das kann durchaus sein. Ne, ist die nicht. Okay. Tut die gerade Tower-Dyfe? So, ich glaube, die müssen wir jetzt kriegen. Aber das schaffen die zu zweit schon. Wenn nicht, ist das echt übel. Aber gut. Oh, okay. Da ist der Gnocki-Gnocki-Gnock schon. Und ich will nicht sterben. Das heißt... Ihr müsst natürlich ein bisschen aufpassen. Weil ich sonst sterben werde. Und das wäre... Und cool. Hat der mich schon gesehen? Kann gut sein, wa? So, Dreck hochgeschleidert. Zack, boom. Okay, nicht getroffen. Aber egal. Eigentlich müssen wir jetzt versuchen, mal ein bisschen zu pushen, denke ich mal. Wäre vielleicht nicht so. Schlechte Idee. Und die sind zu zweit. Und ich habe nicht mehr so viel Leben. Kann man jetzt sehen, wie man will. Wir sind aber zu dritt. Das ist durchaus cool. Und ich habe... Boah, kein Mana mehr. Das ist es, was ich habe. Kein Mana mehr. Oh, und jetzt hör dich abhauen. Das war dringend. Renn, renn, renn. Boah, boah. Boah. Das war nice. Achso, kann mich heilen. Ach, stimmt ja. Vielleicht holen wir uns auch kurz den hier. Boah, war das knapp, ey. Ich bin fast gestorben. Das wäre uncool gewesen. Fressen wir mal kurz uns voll. Okay, Zylian. Zylian, wie man die auch mal nennen mag. Oh, fu, fu, fu. Nach oben schnell. Oh, da hat er sein Ulti eingesetzt. Das war natürlich vielleicht nicht sehr dumm. Der alte Jute Zylian. Mit dem habe ich auch mal gern gespielt. Oh. Ah, das schafft die, glaube ich, schon. Die ist ja ein bisschen schneller, wenn die sein will. Ihre Stimmen sind die Geister der Welt. Komm, Schaden hier hochgeschleitert. So einfach sieht das nämlich aus. Wird schön. Boah. Ich habe gerade irgendwas im Hals. Nein, du haust uns jetzt nicht ab. Oh, fu. Da hat die mich genutzt. Und zwar richtig fett. Wow. Vielleicht sterbe ich auch noch hier, oder was? Und ich habe kein Mana. Shit, shit, shit. Genau. Das wäre jetzt aber richtig gemein, du. So, ich habe 100. Zack. Zack, boom. In your face, bitch. Okay, wo ist Zylian? Der war gerade eben nach oben. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil der nicht mehr oben ist. Aber gut. Alles so easy. Oh, da ist der ja wieder oben. Gut, gut, gut. Boah, wie mein Herz gerade klopft, ey. Voll nicht in Ordnung. Ich habe gerade nämlich voll Todesängste und so. Ja, wisst ihr Bescheid. Also, rein theoretisch müsste ich jetzt mal back. Obwohl, den werde ich gerne noch schnell aufhalten. Okay. Oh, die sind zu zweit. Das ist... Na, da mache ich wohl nichts mehr. Obwohl, wie greift er an? Da könnte ich doch mithelfen. Wenn ich Wolken tue. Wow. Puh, 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 puh. Renn, 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 renn. Oh, fuck, fuck, fuck. Shit. Das war schlecht. Hm, das war wirklich schlecht. Ähm. Bin auch ein bisschen aus der Übung scheinbar. Aber gut. Oh, jetzt sieht es noch recht gut aus. Ich glaube, wir werden das... Rein theoretisch vielleicht schaffen. Ja, wir könnten es schaffen. Warum nicht? An den Kills haben wir bis jetzt doppelt so viel. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Wenn wir so weitermachen... ...müsste es eigentlich gut gehen. ...müsste es eigentlich gut gehen. Lol. Oh. Das tut mir jetzt natürlich sehr, sehr leid. Und wieso die immer noch drauf geht, obwohl die schon so gut wie tot ist, das verstehe ich immer wieder nicht. Lol. Da habe ich falsch gefressen. Lol, war das scheiße. Lol, war das scheiße. Nein. Nein. Oh. Das muss ich mir irgendwie nur in der Aufnahme sehen. Ignite. Dass es Ignite war. Boah. Äh. Zielt. Bullshit. Ähm. Ach, scheiße, Mann. Hier haben wir noch nicht genug Geld für irgendwas. Okay, geiler Junge. Ach, fuu. Das war... No. Wie konnte ich dafür zielen? Das ist auch immer so schwammig mit dem Ziel von Lol. Habe ich... Ich habe... Habe ich mein Ulti überhaupt eingesetzt? Hä, ich war die Meinung. Ich habe es unbedingt eingesetzt. Vielleicht stimmt das ja aber gar nicht. Oh. Okay, den werden wir jetzt kriegen. So, okay. Zylien ist oben. Vielleicht sollten wir auf ihn auch ein bisschen aufpassen, bevor der uns hier irgendwas wegtauert. Unterwegs. Lol. Der Wichser. Ja, das war natürlich scheiße, weil er schneller war. Sehr schön. Yeah. Mein Kill. Jetzt schreibt wie bestimmt, dass ich Killsteam gemacht habe oder irgendjemand anderes. Oh. Tun die nicht. Das ist natürlich gut. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Renn, renn, renn. Oh, du scheiß Catelyn, du. Du wirst jetzt wohl sterben. So, jetzt wird zieh die... Nein! Ah, aber gut. Übrigens hat die dann auch Kill gekriegt, aber das... Ah, das schafft die, glaube ich, leider nicht. Hm. Oh, fuu. Oh, fuu. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr knapp. Na, scheiße. Mua. Scheiße. Wir lassen nach. Das ist nicht gut. Ich... Weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich Teamplays... Also, dass ich nicht so Teamplayer bin. Upla. Sehr schön. So, haben wir den Wixer wenigstens noch getötet. Der hat mich nämlich gerade eben auch getötet. Und das war natürlich... Uncool. Uncool, guys. Aua. Das tut ganz schön dolle weh, wisst ihr das? Scheiße. Scheiße, Assis. Oh, wie sollte da abhauen? Ich weiß nicht. Ist der Wixer nicht gestorben? Ah, Caitlin macht nochmal zu viel schaden, glaube ich. Normalschaden und so. Ah, schade. Aber ich wäre die, wäre ich die, wäre ich dann gerannt, muss ich, hätte ich zugeben. Wenn man schon sicher durch ist, na, das war ein bisschen zu viel riskant. Zu viel Risiko. Ich glaube, Noc-Chon ist auch AD, oder? Äh, ja. Wow. Da habe ich natürlich aufgepasst, ohne Ende, du. Mal wieder. So. Oh, der ist tot. Gut. Der hat nicht seinen Ulti eingesetzt. Wahrscheinlich hat er gedacht, so, ich habe noch ein bisschen Leben, das reicht noch. Und dann setze ich Ulti an und dann weg die Sau, bam! Ja, versteht ihr, was ich meine? So einfach sieht das nämlich aus. So. Wieder nach unten. Und über seinen Weg snacken. Hahaha. War seinen Weg geschnackt. Das war lecker. Okay, in 18 Sekunden ist mein Ulti wieder ready. Meine wunderschöne Ulti. Oh, da kommt der Zylian schon. Da sollten wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Oh, Caitlyn ist auch da. Dann kann Nocturne auch nicht weit sein. Ich will mir erstmal heal. Because I can. Damit es auch niemand anderes kriegt. Okay, mein Ulti ist eigentlich ready. Das mag mir durchaus gefallen. Hm. Oh, fu. Da wurde er leider weggeschleidert. Nocturne ist oben. Okay, der kommt wahrscheinlich jetzt nach unten. Zack. Ne, doch nicht. Der bleibt oben. Das heißt, ich müsste mal nach oben gehen. Okay, Nidale kommt mit. Warum nicht? So, wird schön. Hm, hab zwar mein Ulti wieder ein bisschen verschwendet. Sodass ich nicht mehr Leben dazu bekommen habe. Aber gut. Mach ich jetzt nix. Wir pushen zu wenig, hab ich das Gefühl. Die pushen ja alles weg. Weil wir haben auch zwei... Ah, dass das halt ein bisschen kack hier ist. Ja, aber... Gut. Kann man nix machen. Hm. Ich könnte mir eigentlich wieder Heal holen. Aber naja. Ich bin auch viel zu vorsichtig. Ich müsste... Also, nicht in Kämpfen, sondern... In Pushen. Ich denke mal so, wenn ich pushe, kommen die gleich zu zweit. Oh, da kommt der ja schon. Oder kommt der ja schon. Und alleine gegen den habe ich keine Schnitte. Das ist das Problem. Das heißt, ich müsste mir... ...die Willfärs mal holen. Ich kriege ein bisschen mehr HP. Oh, da ist der Nocte schon. Ach, fuu. Oh, nicht da le, du geile Zau. Oh. Nein! Ich hab doch... Fuh. Ah, die Fresse. Ähm. Komm, mal da das hier. Ah. Ah. Das sind halt die ADs, ey. Start des Zeitalters. Ah. Kaufe ich mir vielleicht. Wenn ich Lust drauf habe. Werde ich mir das schon holen. Klar. Oh. 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 Alter, Kegelmann, weil so viel scheiß Schaden war. So viel scheiß Schaden. Oh, ich will nicht aufgeben. Noch ist ja nichts entschieden. Oh, ich will nicht aufgeben. Die kann doch mit ihr Skill auch abhauen. Naja, gut. Ah, fuck you. Ach, fuck you. Okay, der ist da oben, der Nack. Oh, fuck. What the hell? Was ist da schon wieder los? Wieso könnte ich den nicht fressen? War das irgendein Skill von Nock? Wenn ja, fuck you, Nock. So, dann nehmen wir mal kurz Altar ein. Dann können wir endlich mal pushen vielleicht, ey. Oh. Da ist ja auch schon der Zillzill. Ach, fuck. Ich kann auch nicht ziehen, wa? Oh, jetzt hört mal abhauen. Ich müsste mal zielen lernen hier, ohne Scherz. Aua, aua. Die macht aber saumäßig Schaden. Und ich muss leider abhauen. Mal wieder. Aber davor fresse ich noch so ein paar Viecher. Und ich hätte gerade einen Mega-Lag. Weil, äh, Internet und so. Und wenn ich schon zurückgehe, dann nehme ich auch noch ein Altar mit. So sieht's nämlich aus. Sehr schön. Boah, ich würde mal sagen, wir versuchen einfach unten durchzupushen. Vielleicht eventuell im V-V-Turm. Und dann... Bang, bang. Wisst ihr Bescheid. Hm. Aber allein zu pushen wäre blöd. Das heißt... Ich versuche hier nochmal kurz ein bisschen Minions zu farmen. Vielleicht treffen wir ja unterwegs auch noch Nocturne. Zack. Bisschen Leben für Papi. Ist auch nicht schlecht. Ist Nocturne denn AFK oder sowas? Ich hoffe nicht, oder? Aber wo bleibt der denn? Vielleicht will der ja wieder von unten kommen. Oder hinten, oder was auch immer. Oh, okay. Da ist der wieder. Und Rieschen gerade AFK zu sein. Das mag mir natürlich gar nicht gefallen. Oh. Nein, du kriegst mich jetzt nicht. Asi. Hm. Okay. Die Dingens, die war sein, sind ja noch hinten. Das heißt, das ist noch alles in Ordnung. So wie es ist. Sind die da? Nö, sind die nicht. Okay, das ist die Nebgad Altar ein. Ja, das tun die. Ach, fu. Und die treffen mich schon wieder gar nichts, ey. Hä? Nein, was war das denn? Wo ist denn wie hin? What the fuck? Achso, Ulti von Cillian. Ach, ich dachte schon, was ist los. Boah, war ich da verwirrt. Total Brain gefuckt. Ohne Scherz. Unsere KD sind alle posit... Also, nicht negativ. Und dennoch schaffen wir es nicht, die Scheißhuren zu besiegen. Was soll denn der Kack? Die hat 18.7, das steht wohl. Sind die ja nicht alle aus Deutschland? What the fuck? Was ist nicht mit euch? Boah, haltet doch an die Fressen hier, Scheißbasser, der. Oh, kackgott, ey, Herrgott. Hab Gnaden mit mir. Oh, fuck you, bitch. Was soll denn der Kack? Ich hab dich getroffen, du scheißhästige Nutte. Also, hätte... Hau doch nicht ab, Mann. Was soll denn der Kack? Och, ich hab mein Ulti noch nicht bereit, dass du dich auch ein bisschen kackierst. Okay, der hat sein Ulti eingesetzt. Sehr interessant. Sehr schön. War wenigstens etwas. Oh, wow, 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 wow. Ach, Mann. Hm. Boah. Hm. Ich hasse es, wenn man sich dann die ganze Zeit beefen muss. Nur wenn man irgendwas hat, ey. Sind doch Idioten. Das ist ein Teamspiel. Der Sommergefäß ist auch im Teamspiel. Auch wenn ich das nicht gut kann. Trotzdem versuche ich es wenigstens einigermaßen gut zu spielen. Ohne Scherz. Unser Viviturm ist weg. Das sieht schon mal sehr, sehr schlecht aus. Was? Alter. Ohne Scherz. Gleich melden. Ich hab bis jetzt, glaub ich, nur einmal gemeldet und das war der Harun. Aber halt, ohne Scherz. Die muss ich melden einfach, ey. Ich weiß nicht, was für Probleme die hat. Aber scheinbar ziemlich große. Hm, naja. Oh, das tut auch weh. Scheiß Assi Braut. Ich wurde getroffen. Ist das mies. Wo schon die denn? Okay. Ist wieder einer oben. Und... Jam, jam, jam. Ich brauch dringend mehr Leben, ey. Ohne Scherz. Und auch natürlich aufpassen, dass ich nie gesagt sterbe. Sind die Fallen von Nieder, Leute? Caitlin. Ich hab beide können Fallen stellen, oder? Hm. Ich bin leicht verwirrt. Haha. Merkt man vielleicht leicht dezent. Ähm, ja. Ich glaub, die wollen durchpushen. Eventuell so ein bisschen. Fuck you, Bitches. Aber alleine mach ich da halt nix mehr, wa? Ja. Man, da hab ich die nicht mehr gekriegt. Ist das mies, ist das mies. Hm, 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 hm. So. Dichtnote werden wir dann wohl auch noch töten hier. Bitteschön. Bin auch schnell zum Schluss ein Double Kill hinterlegt. So, aber wenn du da glücklich bist, war das halt ein Scheiß Killstil. Ist mir scheißegal, Junge. Alter, war deine Fresse. Ich weiß gar nicht, warum ich heute gerade so schlecht gelaunt bin. Aber heute bin ich irgendwie voll schlecht gelaunt. Ah, die sind wahrscheinlich von Nidale. Catelyns sehen ein bisschen anders aus. Äh, ne. Andersrum. Das waren die von Catelyn. Nidale ist nämlich ein bisschen anders aus. Leute, war das nicht mein Kill? Die sind leider alle wieder back. Das heißt, ja. Die sind halt wieder back, wa? Meine Stimmen sind die geistige Welt. So. Nogchan versucht wieder durchzupushen. Das ist natürlich sehr optimal. Scheiße. Und der wird's scheinbar schaffen. Ah, fuu, man. Ah, kackiges. Ja, da macht mir nix. Ich häng hier gleich noch ne Runde dran. Ich zocke jetzt mal so ein bisschen, ein paar Stunden durch. Und ja, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.